Dieses Video heute ist für alle die, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen und genauso sehr die Frage im Kopf haben, wie es viele Menschen tun, nämlich wie starte ich eigentlich ein Unternehmen, wenn ich noch gar nicht so viel Eigenkapital habe oder wenn ich vielleicht gar kein Kapital habe? Welche Möglichkeiten habe ich und was kann ich tun, um mein Unternehmen trotzdem an den Start zu bringen? Und deswegen möchte ich mit dir heute über zwei verschiedene Modelle sprechen, wie du es möglich machen kannst, so ganz ohne Eigenkapital zu starten. Eine Sache ist natürlich vorher ganz wichtig zu klären, denn wenn du nicht genau weißt, ob ein eigenes Unternehmen für dich richtig und sinnvoll ist, dann solltest du gar nicht erst anfangen. Denn wenn du beginnst, dein Unternehmen zu entwickeln und wenn du beginnst, alles zu tun, damit in den Augen anderer ein Unternehmen von Wert entsteht, dann musst du natürlich auch Zeit investieren und versuchen, nicht nur versuchen, sondern später natürlich auch andere Menschen davon zu überzeugen. Das können beispielsweise künftige Kapitalgeber sein, aber natürlich ganz am Anfang insbesondere deine Kunden, die du erreichen möchtest, die du deine Produkte oder Dienstleistungen verkaufen möchtest. Also sei dir bitte ganz klar darüber, dass du ein Unternehmen wirklich, wirklich gründen willst. Und jetzt beginnen wir mal mit diesen beiden verschiedenen Varianten. Du hast die Möglichkeit, als Unternehmer ein eigenes Produkt zu bauen, eine eigene Dienstleistung zu bauen. Und häufig basieren diese Dinge auf deinen ganz persönlichen Erfahrungen. Du hast vielleicht mal für irgendjemanden ein Problem gelöst, auf die eine oder andere Art und Weise. Und dieser Mensch hat gesagt, wow, vielen Dank, das hat mir so weitergeholfen. Und du bist zu der Erkenntnis gekommen, das kann ein eigenes Business werden. Und wenn es ein eigenes Business werden kann, dann ist es natürlich jetzt erforderlich, dass du alle Hausaufgaben zunächst erst einmal machst, die dir Klarheit darüber verschaffen, ob dieses Produkt oder diese Dienstleistung tatsächlich einen Markt findet. Das heißt, du musst natürlich zunächst erst einmal überprüfen, ist deine Geschäftsidee so interessant, dass sie die Probleme vieler Menschen löst und nicht nur die von einer kleinen schmalen Gruppe, weil am Ende willst du ja Geld damit verdienen und ein Business nicht zum Hobby machen. Das heißt, du musst den Markt sondieren. Du musst also ausprobieren, wie viele Menschen gibt es denn in diesem Markt, die von deiner Dienstleistung oder deinem Produkt profitieren können. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig zu wissen, gibt es in diesem Markt schon Lösungen dafür? Und wenn es Lösungen gibt, wer bietet diese Lösungen an? Und wenn du weißt, wer sie anbietet, zu welchem Preis und vor allen Dingen, wie inhaltlich sind diese Lösungen aufgebaut? Denn nur wenn du das weißt, kannst du natürlich nachher das bauen, was man einen USP nennt, den Unique Selling Point, also das, was dich unbedingt von all den anderen Marktteilnehmern und Marktanbietern unterscheidet. Diese Hausaufgaben musst du machen, damit du weißt, in welchen Markt du dich eigentlich bewegst, mit deinem eigenen Produkt und mit deiner eigenen Dienstleistung. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig herauszufinden, wo befindet sich deine Zielgruppe. Wo fragt deine Zielgruppe diese Produkte oder Dienstleistungen grundsätzlich nach? Sind es eher Internetplattformen, ist es Amazon oder ist es ein Ladenlokal? Oder ist es einfach der Zugang über eine Homepage, wo du deine Dienstleistung anbietest und diese Menschen mit dir Kontakt aufnehmen können? Also der Zugangsweg, wie Menschen deine Produkte, deine Dienstleistungen finden, ist natürlich extrem wichtig, weil auch das dazu gehört, dass du dein eigenes Business auf den Weg bringen kannst. Und nicht zuletzt ist es unbedingt erforderlich, dass du dir einen Businessplan schreibst. Und dieser Businessplan muss aus meiner Sicht und meiner Erfahrung aus der Arbeit mit vielen Unternehmern, die wir dabei begleitet haben, ihre Businesses weiterzuentwickeln, Hand und Fuß haben. Er darf nicht nur die Absicht erklären, was du tun willst, sondern es müssen Zahlen, Daten, Fakten rein. Es beginnt zum Beispiel mit einer Investitions- und Kostenplanung. Also welches Material brauchst du? Brauchst du ein eigenes Büro? Musst du Geld für Werbung einplanen? Musst du Marketingmaßnahmen planen? Musst du Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen? Brauchst du Rohstoffe? Brauchst du eine Maschine, eine Produktionsstätte? All diese ganzen Dinge, die insbesondere etwas mit Investitionen zu tun haben, die gehören aufgeschrieben. Und zwar über einen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Jahren. Der Businessplan selber sollte eher fünf Jahre umfassen, auch wenn du beispielsweise später in einem Gespräch mit Investoren diese Zahlen gar nicht valide belegen musst, weil die meisten trotzdem nur auf drei Jahre schauen. Aber es zeigt, wie professionell du dein Business planst. Neben der Investitions- und Kostenplanung gehört natürlich noch ein weiteres Element dazu. Und das sind deine Umsätze. Denn natürlich möchte jeder wissen, der sich deinen Businessplan anschaut, wie erfolgreich planst du dein Business, wie sehr glaubst du an den Erfolg deines Business, wie sehr hast du deine Hausaufgaben gemacht, im Umgang mit all den ganzen Recherchen, die du vorher angestellt hast, um zu ermitteln, kannst du in diesem Markt überhaupt ein eigenes Produkt oder eine eigene Dienstleistung platzieren. Und dieser Businessplan muss wirklich professionell sein. Am besten, meine Empfehlung, sprich vorher mal mit deinem Steuerberater darüber. Weil ein richtig guter Steuerberater, der unterstützt dich natürlich auch sehr gern dabei, deinen Businessplan mal auf Herz und Nieren zu überprüfen und dir den ein oder anderen Hinweis zu geben, wie du diesen Businessplan sinnvoll gestaltest. Du kannst natürlich auch mit einem Unternehmensentwickler sprechen, der genau weiß, wie Businesspläne funktionieren und warum Businesspläne nach einer bestimmten Struktur und inhaltlichen Dichte aufgebaut sein müssen. All das kannst du tun, bevor du praktisch an den Start gehst. Und jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie kannst du ohne Eigenkapital dein Business tatsächlich starten. Zunächst erst einmal gibt es das, was viele versuchen und viele tun. Sie behalten den Komfort eines Angestelltenverhältnisses, nutzen allerdings nachher die Gelegenheit und bauen ihr Business strategisch Stück für Stück als nebenberufliches Einkommen auf. Das ist meistens gar nicht so kompliziert. Das ist mehr die Frage der zeitlichen Organisation. Also wie viel Zeit kannst du für den Aufbau deines Business aufwenden und die ersten Erfahrungen sammeln. Du kannst dich auf Social-Media-Plattformen bewegen. Du kannst Umfragen starten aus deinem Profil heraus. Du kannst dir ein bisschen Zeit nehmen, deine Homepage aufzusetzen. Du kannst dir Menschen vorstellen, du kannst dir Feedback dazu einholen und du wirst sehen, Stück für Stück wirst du wahrscheinlich auch die ersten Umsätze einfahren. Je nachdem, ob du im Dienstleistungssektor bist, da ist es wesentlich einfacher, oder ob du in einem produzierenden Unternehmen künftig deine Zukunft siehst. Aber auch hier ist es so, ich habe den einen oder anderen Mentee betreut, da war es auch am Anfang so, es gab ein persönliches Problem, es gab eine persönliche Situation aus ein paar wenigen Investitionen heraus, meistens im wenigen dreistelligen Euro-Bereich, wurde zunächst erst mal eine pragmatische Lösung gebaut und dann wurde diese Lösung anderen vorgestellt und hat plötzlich ein unglaublich tolles Feedback erzeugt. Und dann konnte man anfangen, Stück für Stück auch einen Businessplan dahinter zu legen und zu überlegen, wie kann ich dieses Business weiterentwickeln. Das heißt also, natürlich können manche Business-Ideen auch deinem ganz persönlichen Anspruch an eine Problemlösung sozusagen entspringen, die du für dich gebaut hast. Aber eine Sache ist wichtig, die sage ich meinen Mentees auch immer wieder, verlieb dich bitte nicht in dein eigenes Produkt, sei bitte nicht dein eigener bester Kunde. Mach also alle Hausaufgaben, die dir sagen, gibt es neben mir noch viele, viele andere, die von dieser Lösung profitieren würden. Das heißt also, du kannst als nebenberufliches Einkommen damit starten und langsam Stück für Stück in ein eigenes Unternehmen hineinwachsen. Das heißt, du hast die Sicherheit deines Einkommens aus deinem Angestelltenverhältnis oder deinem Job und du hast nachher die Möglichkeit, leichte Umsätze einzufahren und kannst deine Arbeitszeit mit steigendem wirtschaftlichen Erfolg deines kleinen Unternehmens entsprechend reduzieren, zurückfahren. Das machen manche soweit, dass sie und das deutsche Arbeitszeitgesetz, wenn man so will, erlaubt ist und die meisten Unternehmen sind da auch sehr flexibel, dass du teilweise sogar bis zu 50 Prozent deiner eigentlichen Arbeitszeit im Unternehmen reduzieren kannst, wenn dein Arbeitgeber da mitspielt und du kannst dir sozusagen über die Zeit immer mehr auch an Zeit für deinen Aufbau deines eigenen Unternehmens organisieren. Das ist die eine Geschichte, also nebenberufliches Einkommen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch verschiedene andere eigene Reserven, die du anzapfen kannst. Und ich möchte dir hier jetzt mal aus dem persönlichen Eigenkapital-Background ein paar Ideen mitgeben. Die erste Möglichkeit ist beispielsweise, dass du sagst, okay, ich habe eine eigene Immobilie, ich habe ein Häuschen, ich habe eine Eigentumswohnung, die gehört mir oder ich habe sie fremd vermietet, aber in dieser Eigentumswohnung oder in diesem Haus gibt es bereits finanziell stille Reserven. Stille Reserven sind die Differenz aus dem potenziell erzielbaren Verkaufserlös, also dem Verkehrswert, das ist der Wert, den eine Bank beispielsweise zur Bewertung dieser Immobilie heranzieht, und dem noch ausstehenden Restschuldenbetrag, der die Finanzierung betrifft. Und wenn da ein angemessen großer Betrag, wenn man so will, als Differenz zustande kommt, dann kannst du mit einer Bank sprechen, eine Hypothek auf dieses Grundstück oder auf diese Wohnung aufnehmen und kannst daraus praktisch deine eigene Finanzierung stemmen. Eine Bank interessiert das in der Regel weniger, ob du dieses Kapital dann in irgendeiner Form für die Werterhaltung oder für den Wertausbau der Immobilie nutzt oder zu anderen Zwecken, weil die Sicherheit für das Darlehen liegt in der Immobilie selbst und damit hat eine Bank natürlich in der Regel kein Problem. Das ist ein sehr einfacher Weg, aber vielleicht nicht für jeden gangbar, weil nicht jeder automatisch eine eigene Immobilie hat. Darüber hinaus hast du natürlich Familie. Und deswegen kann ich dir nur sagen, ist der Businessplan auch so extrem wichtig, weil deine wichtigsten und vielleicht auch der wirklich bedeutendsten Kritiker kann deine Familie sein, kann dein freundschaftliches Umfeld sein. Wenn dein Businessplan deine Familie und deine Freunde überzeugt, dann hast du mit Sicherheit auch die Chance, innerhalb deiner Familie, wenn entsprechende liquide Mittel vorhanden sind, um ein Familiendarlehen anzufragen. Da wird ein ganz normaler zivilrechtlicher Darlehensvertrag abgeschlossen, in dem du dich verpflichtest, über einen Zeitraum X das dir gewährte Darlehen deiner Familie auch zurückzuzahlen. Das ist eine Verbindlichkeit, die dann dein Unternehmen hat, aber auf jeden Fall hast du das Darlehen bekommen aus einem Umfeld, was dir vertraut, aus einem Umfeld, was an dich glaubt und womit du praktisch dann entsprechend arbeiten kannst. Auch das ist eine Möglichkeit, wie du, nennen wir es mal so will, semi-eigene Reserven nutzen kannst. Ein dritter Punkt ist natürlich, dass du dir einen Partner mit an Bord holst, der mit dir gemeinsam dieses Business entwickelt. Auch das ist eine übliche Vorgehensweise. In vielen Foren, wo junge Gründer ihre Geschäftsidee präsentieren, steht oft auch die Frage drin, wer kann sich vorstellen, mit mir gemeinsam an dieser Idee, an diesem Business zu arbeiten und es zu entwickeln. Und wenn du einen Partner findest, der gegebenenfalls liquide Mittel hat, dann ist es praktisch kein Fremdkapital, dann ist es Eigenkapital, nur kommt es in dem Moment nicht von dir, sondern von deinem Partner. Hier ist es dann mehr die Frage, wie einigt man sich im Gesellschaftervertrag des Unternehmens über die Verteilung von Gewinnen und Verlusten bzw. überhaupt die Verteilung von Gesellschaftsanteilen, wenn einer das ganze Kapital einbringt und der andere die Idee hat. Aber das ist eine Geschichte, die muss man dann separat klären. Wichtig ist zu wissen, dass über die Hinzunahme eines Partners, der mit dir gemeinsam am Business arbeitet, das Problem auch relativ schnell gelöst sein kann. Das sind mal so die Möglichkeiten, die du hast, um, nennen wir es mal, Reserven zu heben, die praktisch außerhalb eines echten Fremdkapitalthemas liegen. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Fremdkapital. Natürlich kannst du dir auch Fremdkapital besorgen. Und Fremdkapital gibt es auf mehrere verschiedene Arten und Weisen. Und deswegen möchte ich dir heute mal drei vorstellen. Die erste Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen, und deswegen ist es wiederum wichtig, und in einem anderen Video erzähle ich dir auch, wie du den besten Steuerberater findest, der dir dabei helfen kann, natürlich mit einem Steuerberater zu sprechen. Denn es gibt bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die meisten kennen es als KfW, eine Menge Fördermöglichkeiten, Förderprogramme gerade für Gründer. Aber hier ist es natürlich auch wieder wichtig, dass dein Businessplan stimmt, dass praktisch deine gesamte Unternehmensstory funktioniert, und dass du auch mit einer Begleitung, mit einem Steuerberater bestenfalls, in die Beantragung von Gründungsdarlehen einsteigen kannst. Wenn du das machst, hast du eine relativ große Chance, wie gesagt, alle anderen Parameter müssen auch sauber aufgearbeitet sein und funktionieren, dass du eine Gründungshilfe, eine Gründungsförderung bekommst bei der KfW. Das ist ein relativ einfacher Zugangsweg, weil dafür stehen Fördertöpfe in Größenordnungen bereit, wo du davon partizipieren kannst. Das ist so ein Weg. Ein zweiter Weg ist beispielsweise das Thema Crowdfunding. Nicht zu verwechseln mit Crowdinvesting, das ist eine andere Geschichte, aber Crowdfunding könnte dir bei dem Aufbau deines Business massiv helfen. Warum? Weil Crowdfunding ist eine Plattformsversion, wo du deine Business-Idee einer potenziellen Zielgruppe vorstellst. Auf Crowdfunding-Plattformen findest du eine Menge Menschen, die sich gern inspirieren lassen von neuen Geschäftsideen, neuen Möglichkeiten, Menschen, die ein neues Business auf die Wege, auf den Weg bringen möchten und die sich gern an dieser Idee beteiligen wollen. Und sie sind bereit, in kleineren Beträgen, zwischen 100 und 1000 Euro ist das meistens der Fall, sich an dieser Business-Idee zu beteiligen. Und sie wollen keinen Return davon haben im Sinne von Geld. Sie wollen auch das Geld im besten Fall nicht zurückhaben. Sie möchten dir dabei helfen, diese Idee zu entwickeln. Und der einzige Benefit, den sie dafür haben wollen, ist, dass sie natürlich auch davon profitieren, dass es diese Business-Idee in den Markt schafft. Und wenn diese Business-Idee im Markt existiert und wenn sie erfolgreich wird, dann sind sie natürlich für dich nicht nur die ersten Feedback-Geber durch ihre Kapitalspritze an dich, sondern sie sind sogar noch die ersten Kunden. Weil wer in dein Business bereit ist, zu investieren und daran glaubt, dass es eine tolle Idee ist, der wird dir natürlich auch nachher die Produkte abkaufen. Warum sonst sollte er in dein Unternehmen investieren? Also Crowdfunding, ein wirklich, wirklich tolles Geschäftsmodell, eine wirklich tolle Idee, wie du dir Fremdkapital von einer breiten Crowd, von einer Masse, für die Entwicklung deines eigenen Unternehmens besorgen kannst. Ja, und der dritte Punkt, die dritte Idee, ist das Thema Business Angels. Hier ist es allerdings so, dass das meistens eine Investoren-Gemeinschaft ist oder dass es große Privatinvestoren sind, die genau hinschauen, was für eine Art von Business soll da entstehen. Die nehmen nicht jedes Business, aber sie sind natürlich als Mentor und als Coach mit dem finanziellen Background bereit, dir bei der Entwicklung deines Businesses zu helfen. Aber hier ist es natürlich wichtig, schau dir mal die Höhle der Löwen an. Wenn du dieses Format noch nicht kennst oder falls du es kennst, dann schau mal genau hin. Denn praktisch sind all die Juroren, die dort in dieser Fernsehsendung darüber entscheiden, ob sie bereit sind, in ein Unternehmen zu investieren, nichts anderes als Business Angels. Sie entwickeln das Unternehmen als Investor mit dem Unternehmensgründer gemeinsam weiter. Aber sie wollen natürlich dafür auch einen Teil vom Kuchen haben. Entweder in Form von einer Beteiligung oder vielleicht sogar in Form eines Mitspracherechts. Und dann musst du aufpassen, dass natürlich die Idee weiterhin dir gehört und nicht plötzlich stillschweigend an einen Business Angel bzw. an einen Investor übergeht. Weil das ist natürlich das, was viele Unternehmen killt. Wenn sie einen größeren Teil ihrer Anteile abgeben, meistens mehr als 50%, dann sind sie nicht mehr wirklich Eigentümer des Unternehmens. Dann gilt der Mehrheitsbeschluss. Und wenn der größer als 50% mit den Anteilen bei dem Investor liegt, dann hast du irgendwann in deinem Unternehmen nichts mehr zu sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sind die drei Möglichkeiten, wie du dir Fremdkapital besorgen kannst. Du siehst also, es gibt definitiv eine Menge Möglichkeiten, wie du ohne eigenes Kapital ein Unternehmen aufbauen kannst, wenn es ein eigenes Produkt oder eine eigene Dienstleistung werden soll. Jetzt schauen wir mal auf eine zweite Seite, nämlich, was ist, wenn du gar kein eigenes Produkt hast? Was ist, wenn du gar keine eigene Dienstleistung hast, sondern wenn du einfach nur den tiefen Drang verspürst, etwas selbstständig zu machen. Unabhängig davon zu sein, dass dir ein Arbeitgeber sagt, was du tun sollst oder dass dir dein Chef permanent mit seinen Zielen in den Ohren liegt, die vielleicht schon längst nicht mehr deine Ziele sind. Und hier bieten sich verschiedene Geschäftsmodelle an, die ich dir jetzt kurz vorstelle. Das eine ist beispielsweise das Thema Network Marketing. Du hast von Network Marketing wahrscheinlich schon viel gehört. Vielleicht bist du auch schon mal in Kontakt gekommen mit Menschen, die in diesem Business unterwegs sind. Und Network Marketing hat, nennen wir es mal, ein paar große Vorteile. Network Marketing bezieht sich in aller Regel auf Unternehmen, die es schon eine lange Zeit am Markt gibt und die sich im Markt bewiesene Produkte an Endkunden verkauft. Die Struktur ist relativ simpel. Du hast, man nennt es auch Multilevel Marketing, Du hast verschiedene unternehmerische Ebenen, wo praktisch jeder, der dort in dieses Network Marketing einsteigt, wie ein eigener Unternehmer behandelt wird, der nach unten hinweg dann ein eigenes Team aufbaut, die dann wiederum in dem jeweiligen Markt, in ihrem Umfeld, dasselbe tun. Das heißt, es ist eine nachwachsende Struktur von all dem Aufwand, den du betreibst, um unter dir eine entsprechende Organisationsstruktur aufzubauen. Die Schwierigkeit besteht da meistens nur darin, dass du erstens einen Mentor innerhalb dieses Unternehmens brauchst, nämlich der, bei dem du dich eingeschrieben hast, der sich wirklich mit Herz und Seele und absoluter Leidenschaft um dich und den Aufbau deines Businesses in diesem Network Marketing Unternehmen kümmert. Wenn du den nicht hast, dann kannst du eigentlich schon aufhören, weil praktisch nur derjenige dir in der Regel dabei helfen wird und kann, erfolgreich zu werden. Wenn der nicht vorher erfolgreich war, weil er denkt, naja, ich brauche nur drei, vier, fünf Leute, die hochmotiviert sind und die Vollgas geben, ohne dass sie sie pflegen, ohne dass sie sie entwickeln, dann hast du natürlich schon selbst verloren. Weil du brauchst den Einstieg in dieses Unternehmen. Du brauchst den Einstieg in die Art und Weise, wie man Kunden akquiriert. Du möchtest wahrscheinlich auch nicht der sein, der zuerst bei Familien und Freunden anfängt, dieses Produkt zu vermarkten. Eine ganz wichtige Geschichte, weil das ist das, was viele am Anfang gerade in Network Marketing Strukturen killt. Ein zweites Geschäftsmodell, was du nutzen kannst, ist das Thema Franchise. Franchise sind praktisch fertige Unternehmensstrukturen, die an jedem Platz der Welt auf die gleiche Art und Weise funktionieren und wo du praktisch diese Strukturen nimmst, an deinem Standort implementierst und dann nach dem kompletten Regelwerk des Unternehmens dieses Business führst. Zwei Beispiele, die du wahrscheinlich kennst, ist McDonalds und Starbucks. Beides sind Unternehmen, die ein komplettes Franchise-Konzept entwickelt haben. Du findest praktisch das selbe Sortiment, dieselben Produkte, dieselben Waren in jedem Starbucks weltweit. Das ist alles straff organisiert. Du findest dieselben Kaffeemaschinen bei Starbucks, du findest dieselben Kücheneinrichtungen bei McDonalds, du findest dieselben Klamotten in den Läden, wie die Leute angezogen sind, du findest dieselben Produkte, du findest alles gleich überall auf dieser Welt. Und warum ist das so? Weil dieses Franchise funktioniert. Das heißt, jemand anderes, ein großes Backoffice, übernimmt für dich die gesamte Planung von Werbung, von Marketing, mit allem, was dazugehört. Du musst halt nur dafür sorgen, dass vor Ort dein Standort funktioniert. Aber dann bedienst du praktisch ein Unternehmen, was dir die unternehmerische Freiheit vor Ort gewährt. Sie stellen dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Du musst halt dann umsetzen. Bist allerdings frei in deiner unternehmerischen Arbeit, wie viel Zeit du investierst, wie viele Mitarbeiter du einstellst und so weiter und so fort. Das ist Franchise. Und es gibt eine dritte Variante, die wird nicht so häufig genutzt, weil sie meistens an Patente geknüpft ist, wo du beispielsweise die Nutzung von Lizenzen, die Unternehmen bereit sind auszugeben für die Vermarktung von Produkten, für dich nutzen kannst. Du wirst dann halt ein Lizenznehmer. Ein viertes Themenfeld ist das Thema Affiliate Marketing. Allerdings muss man bei Affiliate Marketing genau darauf achten, was man tut. Affiliate Marketing ist nichts anderes, als dass du die Produkte von Menschen, die ihre Produkte für den Markt bereitstellen, an andere Menschen empfiehlst, wo du glaubst, dass sie davon profitieren können und diese Produkte, wenn sie dann verkauft werden, bei dir eine Provisionszahlung abwerfen. Allerdings muss man wissen, Affiliate Marketing ist am Anfang gerade mit unglaublich viel Aufwand verbunden, weil du natürlich zunächst erstmal ein Netzwerk entwickeln musst, was dir überhaupt erstmal Produkte abkauft. Dafür musst du Vertrauen schaffen bei den Leuten und das ist das, was vielen Startern im Bereich von Affiliate Marketing schwerfällt. Weil sie fliegen relativ schnell aus der Kurve, aus dem einfachen Grund, weil sie beispielsweise in Facebook oder in Instagram oder in LinkedIn wahllos irgendwelche Produkte von Dritten, die sie bei Digistore gefunden haben, in irgendwelche Gruppenchats reinwerfen, ohne Sinn und Verstand sich damit als Person verbrennen und denken, dass sie müssten nur einen Link posten, dann haben sie automatisch auch wirtschaftlichen Erfolg, dass sie sich damit natürlich auch bei dem Affiliate Geber verbrennen, weil dessen Produkte am Ende des Tages die falsche Zielgruppe treffen. Das ist mal so ein kleines Universum von Möglichkeiten, wenn du kein eigenes Produkt hast, aber du gern unternehmerisch arbeiten möchtest. Was ist hier der große Vorteil? Du findest praktisch alles, was du zum Erfolgreichsein brauchst, einmal komplett vorgebaut. Du findest das komplette Produkt, darum musst du dich nicht kümmern. Du hast den kompletten Absatzweg, um den musst du dich nicht kümmern. Du hast die komplette Abrechnung, um die musst du dich nicht kümmern. Du hast keine Entwicklungskosten, du hast in der Regel keine Marketingkosten, du hast auch keinen Stress mit, nennen wir es mal, verschiedenen infrastrukturellen Themen, Zahlungsströme und so weiter und so fort. Die gesamte Struktur hat das Unternehmen, für das du das machen möchtest, einmal komplett für dich zusammengestellt. Und dein einziger Job ist, zu verkaufen. Das ist deine Aufgabe, wenn du ein anderes Produkt nutzt, was nicht dein eigenes ist. Und wenn du dir dieses Universum einmal anschaust, dann siehst du, in diesen beiden Segmenten brauchst du praktisch nicht zwingend eigenes Kapital, wenn du, und dann gehen wir zurück an den Anfang, die feste Überzeugung hast, dass ein eigenes Business für dich die richtige Wahl ist. Weil dann bist du bereit, all den Aufwand zu betreiben, der erforderlich ist, um ein Business erfolgreich zu machen. Und dann ist es am Ende des Tages auch nicht wirklich wichtig, ob du dir die Mühe machen musst, ein eigenes Produkt zu entwickeln oder ob du die Möglichkeit nutzt, die Produkte anderer Unternehmen für eine geeignete Zielgruppe zu verkaufen. Ich hoffe, ich konnte damit einiges für dich klar machen. Aber gerade das, was Gründer am Anfang oft falsch machen, ist natürlich auch etwas, was dafür sorgt, dass sie eben relativ schnell auch wieder aufgeben, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Deswegen diese Folge für dich. Falls du mehr wissen möchtest und herausfinden willst, ob das alles für dich ein richtiger Weg ist, dann lade ich dich natürlich auch herzlich ein am 11. und 12. September zu unserem Unternehmer-Offensive-Event in Frankfurt. Da bekommst du noch viel, viel mehr, was es braucht, um ein Unternehmen erfolgreich aufzusetzen. Ich habe dir gerade das Thema Steuerberater genannt. Steuerberater sind die wichtigsten Begleiter, gerade am Anfang deines unternehmerischen Weges. Da lernst du unglaublich viel und noch so viel mehr. Wir packen dir natürlich gern hier auch mal einen Info-Link mit in die Kommentare. Aber dieses Video war zunächst erst mal dafür gedacht, um dir dabei zu helfen, wenn du ein eigenes Unternehmen bauen willst, nicht ängstlich zu sein, wenn du gar kein Eigenkapital besitzt oder vielleicht nur wenig. In diesem Sinne wünsche ich dir bei allen Gedanken, die du dir darum machst, viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Natürlich musst du dafür den Kanal abonnieren und die Glocke betätigen. Nicht vergessen. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.